Was geht YouTube? Ihr hört bestimmt zu einer meiner Stimme, ich bin ziemlich heiser sogar sehr. Ich weiß zwar nicht von wo, ich ist irgendwie einfach so gekommen, ich bin nicht krank oder so. Und jetzt hört sich meine Stimme ziemlich scheiße an, wie eigentlich immer. Aber naja. Auf jeden Fall würde ich mit dem Video eigentlich nur sagen, dass ich einen neuen Account habe. Der nennt sich Danny Jester. Damit werde ich die Gegner verarschen. Und damit das Video nicht zu unnötig ist, habe ich noch drei Nukes hinterher getan. Dann an dem Tag habe ich mehrere Nukes erspielt, um aufzuleveln. Und ja, Seite von zeige ich euch jetzt. Und wie gesagt, ihr könnt mich einfach auf den Account adden, wenn ihr auch ein paar Gegner mit mir verarschen wollt. Die nächsten Tage, wenn ich nichts zu tun habe, lade ich euch einfach ein. Dann gehen wir in Suchen und Stirn, Seite von. Labern ein bisschen drum und verarschen ein paar Gegner. Also wenn ihr mitmachen wollt und zum Video vielleicht mit beitragen wollt oder mir helfen wollt, ihr da zu verarschen, dann addet den Account einfach, weil ich glaube, der Account hat noch 70 Leute, die können mich noch adden. Die Leute, die auf Facebook sind, die waren natürlich schneller. Denn, ja, denen habe ich zuvor auch Bescheid gesagt. Fuck. Fuck, sagt man nicht. Egal. Auf jeden Fall will ich mich auch gar nicht drumrum quälen. Schaut euch einfach wieder das Video an. Und wenn ich wieder gesund bin, mache ich dann wahrscheinlich wieder ein Commentary. Und bis zum nächsten Mal. Schau. Aufklärung, Drohne, Ordnung. Auf jeden Fall will ich mich auch gar nicht drumrum. Auf jeden Fall will ich mich auch gar nicht drumrum. Also werde ich dir Smith-ilo. Auf jeden Fall, ich gebe's mir morgen. Inolcu, eine stream. Auf jeden Fall, ich rede mir dann, ich rede mir Typ. Und damit gehen, Ruhne, Ordnung. Fass zu dir. Darf! Jetzt sage ich mir das Mal. K Book. Würd Chicago. Abneußer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.